So, das ist das Profil von heute. Was erwartet uns denn da auf dem Ritt durch die Fränkische Schweiz? Die Fränkische Schweiz ist heute vom Profil her, denke ich, die scheinbar schwerste Etappe. Am dritten Tag sind vielleicht auch die Fahrer schon ein bisschen mehr müde als am ersten Tag. Wir müssen mal sehen, ob was passiert oder ob die Rundfahrt nur im Zeitfahren morgen entschieden wird oder ob heute am Ende eine entscheidende Selektion durchgeführt wird. Meinst du eher Sprint oder was sagt dein Gefühl, wie es heute aussieht? Entweder Sprint aus einer bereits dezimierten Gruppe oder einer kleineren Ausreißergruppe, die sich vielleicht kurz vor dem Ziel absetzt. Mit dir dabei? Das wäre natürlich der Idealfall. Freitin-Kollegen und ich auch dabei. Sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.